hallo minecraft willkommen zur nächsten folge da hinten da hinten sind wir letzt mal rausgekommen als wir uns von unten nach oben gepudelt haben und ich habe ja beschlossen da ein paar brücken hinzusetzen da muss man nur überlegen wie ich die genau bauen möchte kann ich eigentlich steil ich kann ich bestimmt nicht im hohen und hohen und hohen und hohen hart und stone heißt natürlich nein hier hier gibt es momentan uhr wie geil das hat man mal auf irgendeinem server und keine kisten mehr die uns mal ein paar Gisten machen am besten eine für Rohstoffe also für Ors kommt hier mal drin auch ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle da rein, da rein, da rein, da rein auch da rein Kohle und das ich brauche, ich brauche clean stone deshalb auch hier einfach mal rein können wir hier uns eine Sägebau ausbasteln Garth with Blocks or trisseled blocks Cut along any of the three access wie heißt denn das sollte ich eigentlich hier finden, wenn es das gibt dann müssen wir uns wirklich eine ganz eigentlich wollte ich jetzt nicht sowas bauen ich wollte eine schöne Brücke hinsetzen aber das geht jetzt gar nicht dort geht gar nicht, weil wir da viel zu viele Blöcke brauchen dann muss ich ein bisschen anders bauen wie gedacht Aua Aua und dann müssen wir schon hier bei der Behelfsbrücke sein und dann müssen wir uns überlegen wie tief wir ansetzen ich glaube mal hier die vier breit ja ich denke schon mein handy hat grad dort gemacht was heißt denn dort was heißt denn dort na irgendwelche Nachrichten von Facebook scheiß auf Facebook ja so dann gehen wir hier mal nach draußen na nein was tut denn damit die Schaufel abbauen das ist ja mal sehr intelligent sind wo sind wir denn ok wir müssen noch eins rausgehen gleich ne zwei sogar ja so ist richtig ok 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 백 das war ein bisschen heikel jetzt brauchen wir doch haben wir doch mal noch 6 klaste hat glaube ich eine Werkbank hingestellt. Nicht wahr. Warum schieben mich immer die Tiere hier durch die Gegend? Es sieht halt nicht so toll aus wie mit den anderen Blöcken. Muss ich schon sagen. Mit dem Kappen. Ich habe ja normal mit den Thiele mit den geschnittenen Blöcken gearbeitet. Aber kann man mit den Kappen und Blöcke gibt es auch nicht. Mann. Was können wir da denn tun? Wir können auf jeden Fall noch zwei Blöcke höher gehen. Gibt es hier konkret, also konkret, 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 und food grass. Oh, das war knapp. Wir könnten hier auch noch einen Mittelpfeil reinmachen. Aber der würde halt so weit runtergehen. Deshalb will ich das einnehmen. Eins, zwei, drei. Wir machen jetzt hier mal fertig. Ja, also hier den Weg. Dass wir jetzt sicher rüber und rüber kommen. Und dann wird man gleich mal gucken, was da geht. So, das hätten wir schon mal. Ja, also ich finde, wir sollten die Brücke so bauen, wie ich gerade gedacht habe. Dass wir da so, ja. so ein bisschen rausbauen. Dann kommt da Schlepps hin. Und dann müssen wir uns hier kurz behelfsmäßig rüber setzen. Damit das alles Hand und Fuß kriegt. Das sind wir jetzt da. Ja, das sind wir schon. Achso, oben einsetzen. Wird schon wieder Nacht. Ei. Nicht immer runterfallen. Das tut doch weh. Ich hätte vielleicht gleich am Anfang hier noch ein paar Lampen hinsetzen sollen. Muss ich schon wieder im Dunkeln darüber. Hallo, konzentrier dich mal. Ich sehe schon kommen. Ich fall gleich runter, weil ich viel zu schnell agiere. Oh, jetzt. Jetzt haben wir es wieder raus. Oh, die brennen immer noch. Es laufen. Bitte, danke. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Also können wir uns das sparen. Wir nehmen uns mal noch ein bisschen Kohle. Und wir nehmen uns auch mitnehmen. So. Stone. Amo hier noch ein bisschen Kappel. Koppelstone. Upsa. Hicks. So. Ja, wir werden dann von da drüben geradeaus hier eine Brücke rüberbauen. Aber wenn wir jetzt sterben, dann nicht. Wann wir noch mal auf hier? Nein, Quatsch. Wir machen weiter. Wir wollen ja mit dem Hermit Pack so ein bisschen was erreichen. So, irgendwie ist da noch ein Block daneben gesetzt. So, ich finde halt die Brücke sieht so eigentlich recht hässlich an. Ne, geht eigentlich. Geht. Wir könnten nur noch eins höher gehen. Ist da eigentlich egal, was da unten drin ist, ja? Zumindest hier, wo es keiner sieht. Ne, warte mal. Wir bauen hier anders. Wir fangen hier mit Klingstern an. Ich dachte eigentlich, hier würde es konkret geben. Gibt es Roads? What? Und? Und Magic Road? Closed down Road? Chisel Road? Chiseled Road? Aber nicht das, was ich will. Ich dachte, da gibt es die richtigen Roads. Ja, dann werden wir nämlich auch schneller beim Laufen. So, genau das wollen wir hier haben. So sieht schon mal gut aus und dann, können wir die nochmal, Polished Stone, das machen wir. Der verbindet sich nämlich schön, das ist toll. Sieht jetzt gerade im Moment noch nicht so modern aus. Ist ja eigentlich der Baustil, den ich machen wollte, modern. Aber das kriegen wir noch hin, das kriegen wir noch hin, Leute. Nicht schon vorher aufgeben, bevor es beendet ist. Hier ein Pferdchen, machen wir hier ein bisschen Platz. Und dann haben wir die erste Brücke vollendet. Ich wollte jetzt noch das hier machen. Gucken, ob das geht. Ja! Geht? So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür brauche. Ich mach mal einfach so viele. Dann müssen wir gleich noch gucken, wie die Brücke aussieht, wenn sie fertig ist. Gut. Machen wir das mal so und so. Machen wir das mal so und so. So. An dem Block, wo das unten so ist. So. An dem Block, wo das unten so ist. Oder auch nicht. Nehmen wir mal den. Oh Gott. Ist die Fackel grad weit weggefallen, ey. Wir haben den richtigen Satz nah weggemacht. So ist doch gut. Supi. Wir haben die erste Brücke fertig gebaut, dass wir schneller zu unserer Mine kommen. Und ich finde es so schlecht sieht es dann doch nicht aus. Es sah am Anfang ein bisschen arg kantig aus. Ah ja. So ist halt Minecraft. Minecraft ist eckig. Und blöckig. Ich weiß nicht. Ich weiß. Beziehungsweise ich weiß. Dieses Wort gibt es nicht. Aber blöckig hört sich trotzdem irgendwie cool an. So. Wir machen jetzt die Schauwehe noch schnell kaputt. Weil ich will auf der Höhe, will ich die Straße rüber bauen. Will dann nicht dauernd irgendwelche Stufen drin haben. Und damit machen wir auch nächstes Mal weiter. Weil wie immer, wenn man schön ist, muss man aufhören. Die heutige Folge ist schon wieder fertig. Mal gucken, wie weit ich mir da schaue. Eisen haben wir natürlich auch keins dabei. Stein haben wir dabei. Aber Stein bringt uns jetzt nicht wirklich was. Da kommt einfach hier kommt einfach kein Geländer mehr dran dann. Dann kann man da einfach weiter laufen. So. Also. Wir gehen jetzt nochmal rüber. Müssen dann sowieso in der nächsten Folge nochmal ein paar Werkzeuge machen. Und dann wird man den Weg zur Mine voll fertig stellen. Geht hier rüber und dann kommt rüber in die Stufe. Okay. Ja. Sieht alles ein bisschen kompliziert aus. Aber wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sind wir jetzt schon wieder falsch? Nee. Wisst ihr? eine neue Interaktion. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Hermit Pack. weg. Ich mach jetzt doch noch kurz die Werkzeuge. Sonst vergesse ich das nächste Mal. Nein. 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 Schaufeln wollten wir machen. Ich würde sagen, haben wir noch. Und wie es immer so ist. Am Anfang hat man mega viel Cobblestone und denkt sich. Oh scheiße. Was sehe ich mit dem ganzen Cobblestone? Und dann plötzlich ist er weg. So auch jetzt. Also. Bis zum nächsten Mal. Ich kann auch nicht sleep at night. Das ist doch schon Nacht. Was soll denn das? Ach hier haben wir noch einen Haufen Cobblestone. Das können wir ja alles noch abtragen. Aber erstmal. Doch. Ich muss das sogar abtragen. Damit ich. Ach man. Damit ich dann nächstes Mal wieder Baumaterial habe. Nein. Wir bauen erst drücken weiter. Also. Bis dahin. Ciao. Minecraft.